Ein Ostfriese fährt nach Bayern in den Urlaub und im Hotelzimmer sieht er an der Wand einen Spiegel hängen. Er packt ihn ein und schickt ihn seinen Eltern mit einem Brief, auf dem steht, schaut nur, wie nett die Bayern sind, die haben hier sogar ein Bild von mir aufgehängt. Der Vater sieht sich den Spiegel an und sagt zu seiner Frau, Minjot ist unser Junge old geworden. Die Mutter schaut dem Vater über die Schulter in den Spiegel und sagt, das ist ja mal kein Wunder, wenn er mit so einer hässlichen Freigotte zusammen ist. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht mit einer guten Laune um mindestens 400 Prozent.